Die neue Übergangsregierung in Bolivien ist empört und will sich bei der EU beschweren. Der Grund? Vertreter aus Spanien haben offenbar versucht, sich Zugang zur mexikanischen Botschaft zu verschaffen. Dort halten sich geflohene frühere Mitarbeiter der Regierung Evo Morales auf. Bolivianische Sicherheitskräfte hinderten sie daran. Die neue Außenministerin erklärte, dieses furchtbare Verhalten verletzt unsere Würde. Es gefährdet die Unverletztheit der Gäste, des mexikanischen Personals der Botschaft und der Nachbarn der Botschaft. Mexiko wiederum beklagte sich über die hohe Polizeipräsenz vor seiner Botschaft in La Paz und sprach von einer Belagerung. Evo Morales war im November unter dem Druck des Militärs zurückgetreten. Es wird angenommen, dass sich der frühere Kabinettschef Juan Ramon Quintana noch in der mexikanischen Botschaft in La Paz aufhält. Gegen beide liegen Haftbefehle vor. Musik 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 Vielen Dank.